Die Elbebrücke in Dömitz trägt einen stolzen Namen. Die Brücke der Deutschen Einheit. 1992 wurde sie nach der Wiedererrichtung für den Straßenverkehr zwischen Ost und West freigegeben. 2017 wurde dort ein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Jetzt wird alles anders sein, wegen der Corona-Krise. Laut einer Verfügung des Innenministeriums des Landes vom 19. März soll der touristische Verkehr nach Mecklenburg-Vorpommern komplett zum Erliegen gebracht werden. An der Elbebrücke und auch überall an den Verkehrsadern entlang der Landesgrenze wird die Polizei ab sofort Sonderwachen errichten. Wer keinen festen Wohnsitz in MV und auch keinen dringenden Zweck hat, ins Land zu reisen, wird an den Grenzen bedingungslos abgewiesen. Die Polizei wird jetzt sichtbar verstärkte Präsenz an den Hauptzufahrsstraßen nach Mecklenburg-Vorpommern zeigen. An den Straßen, an den Autobahnen, weisen bereits jetzt Hinweisschilder darauf hin, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern für touristische Reisezwecke nicht zu bereisen ist. Die Wasserschutzpolizei wird vergleichbare Kontrollen auf den Wasserstraßen, an den Sportboothäfen des Landes führen. Alle Urlauber, die sich in Mecklenburg-Vorpommern derzeit noch aufhalten, werden vom Innenministerium ausdrücklich gebeten, das Land sofort zu verlassen. Mehr sogar, wer sich in MV vor der Corona-Krise einfach verstecken will, begeht laut Lorenz Cafier eine Straftat. Denn jede Bürgerin und jeder Bürger ohne Ausnahme hat eine Aufgabe, alles zu unterlassen, was die Gesundheit der Menschen gefährdet. Wir brauchen jeden Einzelnen dafür. Besuche, Reisen, alles was Ansteckung bedeuten kann, sollte nicht stattfinden. Ich appelliere daher an alle und ich bitte auch alle, halten Sie sich an die Regeln. Infektionsschutz gilt für alle. Der Inlandtourismus soll ebenso hart zum Erliegen gebracht werden. Es wird dringend empfohlen, Sehenswürdigkeiten in der heimischen Gegend zu genießen oder einfach digital.